Wir haben den Verstörer verloren. Gut, ob es jetzt ein Orion oder eine Heakate war, weiß ich nicht, aber, boah, ist das ein Teil, holdrio liebe Freunde, das ist ja riesig, toll, ich soll das kaputt machen, das ist ja eigentlich der Umgriff von der Lucifer, ne, nun ja, in dieser Mission, wir fliegen die GTB Boa Nerdsies, die Allianz' neuer Attackbomber, die Boa Nerdsies maximiert die Schilding und Payload, während es genug Manövrabilität gibt, um es ein taktisches Umfeld zu machen. The Bomber won't handle as well as the Herc 2, so stay on the move, Bombers make easy targets. Na toll, Bomber. Ich flieg ungern Bomber, eben weil sie so langsam sind. Mit unseren Cyclops Torpedos, wir haben die Feuerpower zu nehmen, um die Ravanna zu nehmen, wenn du zu weit entfernt hast, die Flak-Gunse will neutralize deine Bomber, so get as close as possible. Once du Feuer, dein Salvo, hit deine Burners, um zu clear, um die Blast zu nehmen, die Cyclops hat eine extensive Lock-Time und Countdown. Okay. Na, und ihr seid echt der Meinung, dass wir den Jump-Node dann secured haben, das glaube ich aber nicht. Ja gut, das ist eindeutig. Oh, wir können uns auch einen von den alten Bombern nehmen. Haha, very poor, hallo? Hm, Osa, oder Medusa, Assault Bomber. Ja, ich denke mal, ich bleib bei dem Boanergis, das wird schon eine ganz gute Sache sein. Gun Mounts Einer. Was? Ähm, okay, der ist 55 schnell, der ist 45 schnell. Ich nehm den Osa, der hat 5 Gun Mounts. So, noch ein paar mehr Cyclops. Gut. Ähm, ja, wir nehmen Super-Grein. Wobei, ich denke, wir könnten doch nochmal versuchen, eine Akiton reinzuhauen. Ähm, das machen wir einfach mal. Wir probieren's einfach. Wir sterben ja sowieso. Also, ich glaube nicht, dass ich die Mission überlebe. Ähm, ähm. So, wir haben irgendein Subsystem, was wir anvisieren können. Kommunikation. Ja, das finde ich schlecht. Erstmal. Ich versuch's, ja. Vielleicht ein Laser-Turret? Ja. So, ich halte jetzt nur die Schilder hoch. Oh Gott, ich bin so gut wie tot, ey. Ich kümmere mich jetzt erst mal um den, der mich anschießt, hier. Komm her. Du Arsch. Erstmal weg. Ach du, scheiße. Oh Gott. Ja, na toll. Gut, das war nichts. Wir nehmen doch den Boanerges. Ähm. Ich weiß nicht, vielleicht bringt das ja was. Und, äh, wir nehmen den Subak rein. Oh, wir können sieben Cyclops mitnehmen. Das ist natürlich gut. Okay, wir probieren es einfach nochmal. Und, äh, bleiben wir erst mal mit unseren Kumpels hier. So, ich, äh, kümmere mich erst mal um die Sau. Bevor er mich wieder in den Stücke schießt. So, ich heiße erst mal auf die Ravanna. Ich muss ihm, ah, ich muss das Arschloch jetzt nicht stören. Okay, äh, wir realisieren irgendwas mit der Ravanna an. Den Laser-Turridge hier zum Beispiel. Wie weit sind wir weg? Oh, drei Kilometer. So. Immer noch zwei Kilometer. Ja. Bomber sind halt nicht so die schnellsten, ne? So, fliegen schön nah ran. Ist immer noch ein Kilometer von dem Ziel weg. So. So, jetzt machen wir erst mal, werfen wir uns erst mal wieder hier kurz. Na, komm. Eißen. Aua. Vor allem meine, ach du Scheiße. Mein Rumpfzustand schon wieder. Wow, was ist das denn hier? Ne, das kann ich nicht anvisieren hier. Alter, das ist unglaublich. Man fährt hier so eine Ritze auf sie nachs Tisch, wo ich mit der Maus nicht drüber komme. So, ich schieße jetzt auf den hier. Alter, wie soll ich diese Mission schaffen? Ich schieße jetzt auf die Rakete. Oh, toll ey. Ja, guck mal mal, ob wir das vielleicht nochmal schaffen. Ja, sorry, dass ich gerade nicht so viel rede, aber ich bin sauer und konzentriert gleichzeitig. Aber ich werde mir jetzt auch mal was drunter legen unter meine Maus, dass ich da nicht dauernd an der Lücke hängen bleibe. So, ich werde mich jetzt erst in die Ravanna kümmern. Ich brauche mehr Engine, ey. Geht gar nicht hier. So. Mal sehen. Ja, da ist halt was geholfen. So, wir werden uns erst mal um den hier kümmern. Wenn ihr gerade schon so hübsch reingeschlichen kommt. Ja, ja, ich werde nicht mit den Zwicklubs auf den feiern, aber gut. Ach, du Scheiße, sind das viele. So. Erst mal wieder um meinen Kumpel hier kümmern. Der mich hier schon wieder... ...verfolgt. Nein, der Scheißling trifft doch nicht. Wir werden muss nicht für die Zwicklubs einloggen. Ja, das war natürlich intelligent. Meine Güte. Ich versuche noch mal kurz auf die Ravanna zu gehen. So, wie hat die Ravanna noch? 33, sehr schön. Wir bremsen noch mal. Ich muss noch kurz weg von der Ravanna, um mich um den hier zu kümmern. Vor allen Dingen, der trifft ja dauerhaft. Ah, nein. Falsche Taste. Falsche Taste. Falsche Taste. Ah, komm her. Meine Fresse, ist das nervig. Ich fliege jetzt mal den leichteren Bomber hier. Demnächst. Ja, toll. Was willst du auch machen mit dem Scheißding? Boah, rieb mich das auf. Okay, wir versuchen es noch einmal. Ansonsten mache ich eine Aufnahmepause. Oh, was mache ich denn? Jetzt quit. So, wir gehen noch mal rein. Shift Selection. Nie mal den, der ein bisschen besser zu steuern ist. Wir klatschen den mit Cyclops voll, weil der Tempest ja nicht mitnehmen kann. So, tun wir super rein. So, probieren wir es mal. So, ich werde nicht mit Cyclops auf ihn schießen. So, ich bin ein Bomber. Ich darf das. Erik. So, vielleicht irgendwo mal... Oh, ja, Flak-Turret, ja. Das mache ich mal kaputt hier. So. Oh, Gott. Oh, Gott. So, ich werde einfach weiter auf die Ravanna gehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Vielleicht kriege ich mir den nur aus dem Nacken hier. So, warte, wo ist er? Der ist erstmal wieder auf Abstand. Meine Fresse, das geht mir wirklich überhaupt nicht vorwärts. Okay, jetzt wieder der hier. Vielleicht treffe ich den ja diesmal. Oh, unglaublich. Hey, es gibt noch einen Buenergis hier. Ja, ja, leck mich im Arsch. Ja, komm schon. Ja. Nein, 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 nein. Hau nicht ab. Ich will dich kaputt machen. So. Und. Bam. Noch mehr Schilder. Na toll. Ich muss echt mir nur die Schilder aufladen hier. Vorher fliege ich da nicht nochmal näher ran. So, dann machen wir erstmal den hier kaputt. Wenn ich gut treffe, kriege ich ihn. So, wie viel hat der noch? 100. Na toll. Na toll. Okay, der Ravanna hat noch 10%. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Okay, alles klar. Der ist abgefeuert. Nein, der ist nicht abgefeuert. Oh, ich bin kein Täuschk. Aber mehr. Oh, komm her, du Sau. Nein, mein Laser-Turot ist kaputt. Aber ich kann trotzdem noch schießen. Aber ich hab hinten einen Laser-Turot dran. Oder was? Das wär ja cool. So, wo ist er? Komm her. Ja, 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 ja. Komm schon. 11% noch. Das krieg ich ja wohl. Teuschkörper krieg ich nicht. Hab ich nicht. Stirb. Okay, okay, komm. Nein! Ist nicht wahr. Okay, alles klar, Leute. Ich mach hier erstmal ne Aufnahmepause. Mir reicht's jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem, was ich habe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!